Ich bin vier Kilometer entfernt. 1,5. Also dieses Visier ist doch voll für den Arsch. Kann ich irgendwie mich teleportieren oder so? Das war gut. Scheiße. Wir haben ja überhaupt keinen vernünftigen Sniperpunkt hier, war? Außer hier vielleicht. Ja, wir wollen ja... Ich kann mir dann gleich einer beim Bauen helfen. Ich wollte einen Sniperstürmchen zurem bauen. Ja, das schaffen wir wohl nicht, weil wir wollen gleich noch Far Cry aufnehmen. Far Cry. Ah, das ist ja richtig scheiße hier mit dem Sniper, Alter. Irgendwie sind sie schon wieder ins Dings drin? So, jetzt markiere ich mir die erstmal. Du meinst, da oben bei dem Händler sind die, ne? Oben auf dem Berg, ne? In der Bude drin, ja. Alles klar. Also ich bin sehr weit entfernt, vielleicht finde ich auf dem Weg ein Auto. Aber vier Kilometer Luftlinie dauert... Was machst du? Naja, ist... Bist du tot? Nein. Verletzt. Boah, 1,4 Kilometer entfernt, Alter. Ich bin vier Kilometer entfernt, Luftlinie. Ich muss um den ganzen Scheißding rumlaufen. Ich bin dann... Ich bin bei den Sporn gestartet. Ja, dann... Kille dich. Ich hab ne... Geh ins Wasser und ertränke dich. Ja, okay. Aber bei dem Händler oben kann ich keinen sehen. Da ist beim Händler drin. Da lockt sie jetzt gerade wieder ein. Hundertprozentig ist er beim Händler ist? Hundertprozentig. Ich hab nämlich vorhin auch dessen Auto gesehen. Gut, dann raid ich den gleich mit, sobald ich da sein sollte. Ich kann ja mal markieren, eben für uns. Für dich. Ich muss jetzt erstmal scornen, dass wir uns jetzt noch nicht da... Hallo, Kali. Feind, kommt da. Hey, sit. Wir helfen mal, den Kameraden. Ja, so, Titus hat uns angeschrieben, dass ihm hier gefälligte Nahe an unserer Base sind und dann sind wir sofort gekommen. Soll ich mal einen Warnschuss abgeben? Nein. Du bist ja noch nicht, dass du drin bist, oder? Mach's trotzdem, damit wir wissen, dass wir da sind, dass wir Lust auf Spaß haben. Das ist voll die Sicht dahinten, ey. Das ist richtig scheiße, ich kann da kaum mal sehen. Ja, es gibt's mir genauso. Cyberversen bei uns in der Nähe. Mittling und Donkel. Mal wieder. Boah, dein Kopfpissen. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Händen nicht hab, Baller. Ich kann nur was passieren, wenn ich da aufsuchen würde. Hey, ich muss mir mal einen anderen Punkt suchen, ey. Das ist richtig scheiße hier. So, ich glaube. Mann, ey, jetzt seh doch mal zu, ey. Geht denn überhaupt noch da? Ich such mir jetzt mal einen Punkt hier. Geht denn? Ist da. So. Ich spore neben neu. Brrrr. Da hinten ist es gut. Wie viel Kilometer? Also, wie viel Meter? 1,4 Kilometer. Ach du Scheiße. Hauen die ab, oder was? Ich bin jetzt mal gar nicht schießen, Mann. Äh, wo kann ich denn, wo kann ich denn, äh, Dings gucken, wo unsere Base ist? Wo steht das? Hä? Wo steht denn unser, äh, wo unsere Base ist? Was muss jetzt rauskippen, Veronica, oder was? Ja, einfach nur zu uns in der Nähe. Das geht dann eigentlich automatisch. Wenn du da auf Spawn auswählen klickst. Ja, wie, wo kann ich da sehen, was in der Nähe ist? Ach so, Veronica da. Ja, das ist klar. Okay. Die Bahn gerade weg. Siehst du das? Ja, schade. Also, ich glaub, sie fahren weg, warte mal nicht. Ich bin da, ich komm, ich komm vom Strand, nicht wundern. Ach so, die sieht mich ja eh. Äh, Thomas, bist du draußen? Ja. Hast du eine zweite Wumme dabei? Nur eine Handknarre. Reicht mir. Wo sind die? Ach, wie schade. Nee, das kannst du wieder vergessen. Das war's schon. Die hauen ab. Ähm, Simon. Ja. Normal müsste man jetzt auch keine Bienen mehr sehen, ne? Keine was mehr sehen? Äh, Minen. Keine Ahnung. Gibt es hier nicht mehr? Ja, die sind weg. So, kannst du mich jetzt wieder besser verstehen? Schade. Ja, wir können dich gut verstehen. Gut, eigentlich müsste man jetzt auch keine Minen mehr auf der Straße sehen. Dass wir, ähm, ne Panzermine auf der Straße hinlegen. Und wenn die ankommen, dass die da drüber fahren. Hm. Könnte man mal testen. Sind die Autos alle leer? Nein. Wo ist nochmal drin? Tempest, die sind voll mit Lut. Die müssen sie zum Verkäufer bringen. Das ist die Zafir, sie sieht Zafir nicht mehr an, Bucky. Zafir, die kannst du vergessen, dass sie drin liegen. Warum? Verkauf ich. Weil wir funktionieren nur bestimmte Magazine. 7,62 Schussbox. Nimm dir eine andere Waffe. Nimm dir eine MK200. Ohne eine MK200. Ich nehme meine Lieblingswaffe wie du. MK18. Wenn das keinen stört. Ja, klar. Du kannst eine Marten nehmen, die ist besser. Da haben wir auf 66 Magazine. Ja, das ist sehr nice. Wie gesagt, mit einer meiner Lieblingswaffen. So, ich glaube, einer rausgenommen. Ich guck noch, was hier noch so alles ist. Ich kann jetzt die Waffen jetzt auch anders sortieren, ne? Regal, Waffe. Komplett vollgefüllt. Daneben das Magazinregal. Das ist gut. Ja, Simon, ich hätt's echt gesagt, mit den kleinen Räumfindern. Ein Raum für die Waffe, ein Raum für die Waffe. Nee, es ist unnötig, viel Räum. Babababababababini. Los, tanz. Los, tanz. Junge. Ne zur Zeit für, heute kann ich es echt vergessen mit auf dem Server kommen, erst dann gegen Arndt. Das ist nur ein Damping. Ich hab einen breiten, ne vorhin hatte ich einen 4.000er Ping. Alter. Womit denn? Das ist ein neuer Rekord. Womit bist du denn online? Wo komm ich denn hoch hier in der Base? In your spot. So ist der Tarif gedrosselt oder was? Ja, naja du, wenn ich mit dem Handy über mein PC reingehe, dann ist mein Tarif sofort schon runter. Ein Strohhut! Ja, ja, ja. Bin gegen... Uh, Drohne! Hallo! Hier! Thomas ist wieder Freuchen. Warte, ich wink mal. Hier! Hier! Oh ja, sie hat gesendet. Schön! Oh oh! Sorry! Wo sind die scheiß NPCs? Wollen sie nicht? Ich guck mal Richtung Strand. Ich würd aufpassen, ne, wenn die, wenn die dich sehen, die ballern sofort. Ja, ne, die sagen nochmal hallo weiße. Guten Tag, wir sind die NPCs. Wir wollen dich jetzt töten. Wo guckst du denn? Ich guck, ich guck Richtung, äh, Wasser hier unten. Also nach hinten raus. Geh mal weg da von der Tür. Ja, Wahnsinn. Geh. Zeig dir mal wie das geht. Sind die da oder was? Die müssen da sein. Das ist ein Ohn. Jetzt sind die unserer Base gespawnt, pass auf. Da lacht mich kaputt. Ich nicht. Bruno ist aber auch gut gelandet, finde ich. Ja. Seelanzeige. Hm. Da versteht das nun jetzt. Keine NPCs, wa? Da sind die hier direkt unter uns. Ja, das kann auch sein. Oh, hast du geschossen? Ja, ich hab geschossen. So. Hast du das Huhn geschossen? Ja. Geh das Huhn. Wir brauchen Essen. Das Huhn stirbt nicht. Das Huhn ist schon so, es bewegt sich dann noch nicht mehr. Ich hab mega erschrocken, weil ich guck gerade so leicht um die Ecke auf einmal schießt. Das ist keine Saule. Schade. Lol. Donkel hat auch schon ne Kettensäge. Woher weißt du noch? Ein Schaf. Weil ich es weiß. Ich bin ein Supporter. Was erwartest du? So hab ich ja auch per Zufall vorhin entdeckt, dass die bei uns und bei der Base in der Nähe sind. So wie gestern, ne? Hast du Angst alleine, oder was? Naja, hier sind ein paar Leute hinter mir, ne? Echt? Ich glaub, das ist auch ein Geld in der Seite. Ach so. Okay, wir können dich ja noch so lange beschützen, bis du das Geld weggebracht hast. Ich hab dann auch noch geladen. Ja. Thomas, dann geh du mit, ich bleib hier. Okay. Äh, wir werden auf den Beifahrer auf den Weg ziehen. Ja, ich... Was sind das hier für Wachen, die auf dem Boden liegen? Ist der Mkv jetzt dann scheiße? Oder ist die verpackt? Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich würd die nehmen. Ne, warte, die EMA1 ist die nicht geil ist. Das Ding ist, je mehr wir von unnötigen Waffen haben, desto mehr Regale brauchen wir. Ja gut, ist nicht schlimm. Also solange ich ne Mk18 hab, ist alles gut. Ich glaub, da bin ich eh der 1z, der die benutzt, oder? Ja. Da bin ich, glaub, bin ich der 1z, der die benutzt? Ja, ne? Ja. Ja. Alles klar. Ne, Mk18 weiß ich nicht, ich mag die Waffe. Schön kurz, die ist auf kurzes Tanz ziemlich stark, auf weitestanz auch. Da musstest du öfters kommen. Ja, ich komm ja oft, solange oft es geht. Nur die letzten Tage am Wochenende war einfach zu heiß. Da hatte ich hier oben auf dem Dachboden, weiß ich nicht. Also draußen war kühler als drin. Naja, ne, doch. Musst du deinen PC im Keller schleppen. Ja. Aber da wird ja auch schon gesagt. Das ist nicht der Waffe. Da folg ich hier bei der Sonne gleich. Machen wir nachher hier, da oben ist so ein Ede-Crash-Zeit. Machen wir nachher, oder? Ja, oder? Ja, klar. Achso, ich flieg da grad hinten aus, ja. Ich würde übrigens gerne alle Waffen mit euch den Handeln anlegen. Du sagst gleich, dass wir am Hettern normal aussitzen, raus wird am Ende gefallen. Da hinten ist ne Base. Was ist unsere? Aber du, ich glaube ich, ein Karton. Dö, unsere ist doch in der andere Richtung. Ja, hier guck mal, 12, guck mal, wenn du hier hinkommst, Siehst du, um meine Richtung habe ich nen Kompass? Da ist auch direkt ein Helikopter drauf. ja ich die wohnen oder das ist das ist das ist das ist das ist das ist auf jeden fall steht ein helikopter hinten wurde guck mal hier gucken wir sind hier vor mir sag mal kompas ich habe keinen kompass mit das ist das problem so wenn ich hier guck geradeaus durch 12 uhr von mir da siehst du das aus soweit kann ich gar nicht sehen wer ist jetzt hier noch mit mir sora titus hier da vorne ist ein helikopter tim mrt oder so ja im tx sowieso mensch ja ich guck ok jetzt haben wir das ding wenn ihr auf den meiden weg in die base reinkommt heisst durch treppen oder sonst was und ein heli dann könnt ihr den natürlich mitnehmen ja oh was ist das denn oh ne links mit füßen munition nein links mitnehmen ne nach dem dmr professional spotter schützengewehr die waffe kenne ich noch gar nicht wie heißt die dmr dmr nach dem professional dmr meine 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 die will ich mir auch ansehen das idee ist besser sieht mehr aus der sie oder hier einmal zwei auch geil ein rebuy player nice oh sehr gut weil da haben wir eh keins guckst du nicht da kam dann eine lympse gefunden mit 5 munition äh ja mhm äh wo war die warte bloß die lympse mit brauche ich mal eine cyrus da soll ich sie nicht mitnehmen die lympse oder was ne bloß die munition die lympse sniper kann man glaube ich jede mitnehmen oder wir können grundsätzlich alles mitnehmen bis auf mk4 zu machst du die Tür auf? oh wo lag sie auf jetzt? ich soll die aufmachen hier haben wir alles ne nein äh ich suche noch die eine waffe da da ist noch irgendwo unter der erde da ist noch da hatte ich schon eine ich hab die dmr habe ich achso ja guck mal ob die noch irgendwo eine liegt da dann liegt da noch was so nächste ladung achte doch mal lass doch mal aus hier ist noch ein revive player noch eins geil ja man hier liegt auch noch irgendeine ich hab ja eigentlich schon komplett ne hier ist auch lrps ihr müsst auf den auf dem boden gucken und auf den inventory kreis achten manchmal liegen die sachen unter der erde ja ich weiß ich habe die röwe ich bin aber auch zumindest in der wiese unter der wiese gefunden mh also macht die heli crash ja ja wir haben grad einen gesehen und haben gedacht die machen wir doch gewinnen ja ne schöne neue waffe achs klar ja ist das normal dass der server so desinkt ja ja woran liegt das ähm und was auch wichtig ist ab und 7 ähm erste hilfe kett ja ja klar oh da ist ein zombie der stinkt gleich steht da nicht mehr nein der stinkt schon ja der sich etwa jetzt weil die dmr da gekrallt wird jetzt fliegt mal zu der base die er eben gesehen hatte die wäre da ne irgendwo ich glaub das sind die nämlich ich weiß nicht wo die weite wegsetzen aber ich hab ja nicht einfach gekrallt und dann hier zwischen den treppen muss auch sein ne ich hab am pier hab ich grad die base gesehen also die ich grad gesehen hab war am pier oder 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 so ich hab grad auch ne base gesehen aber wie da könnt ihr eigentlich hin weil die waren jetzt schon ne weine nicht mehr aus dem vielleicht nicht schon weggegangen oder vielleicht vielleicht aber schon reinsteigen dann flieg doch mal hin ich hab auch wir müssen grad losen diese richtung oder was was denn sag ich mal die richtung ungefähr ach du mal zu mich was denn ja ungefähr haben den strand entlang wir haben den strand entlang unten lang fliegern seht ihr gleich den helikoptern ziemlich größeren ich kann nicht erkennen mich ja dass es gerade ist da seht ihr die unter euch ein pürgos ja am pürgos richtig genau das ist im hafen bei pürgos hier am hafen richtig da gibt es ja diesen den hafensteg und dann geht der hafen zum tieflandsmeer und da steht ein helikopter ja der müsste jetzt gleich der müsste jetzt gleich der müsste jetzt gleich sichtbar für euch jetzt schon sein ja links vor uns auf dem großen pier ja da ja da ja da ist aber ein 2 davor ja da steht noch eine hand da drin ja komm weiter wie hoch seid ihr denn ja rund oder was ja ja so ich bin dann erstmal weg vielleicht da ja ja ich hoffe ja ok ja ich hoffe noch gut später ciao aber jetzt kann ich euch sehen ich seid aber ordentlich weit weg und wo bist du hier neben hier neben äh titus oder so was ach doch da kann ich ja ich kann euch aber sehen ganz schwach aber das ist weit oder wie kann man da hinten die Base hat schon Einschusslöcher auf jeden Fall ist da ne die wurde schon länger nicht bezahlt das hört sich gut an, da müssen wir uns merken wenn wir jeden Tag hin oder nach jedem Server Neustart vergeben ist da hinten ne Treppe hoch vom Wasser aus keine Ahnung kann sein dann auf den Turm da dann geht's hier in eine Treppe irgendwo oder so kann sein, musst du gucken ich kenne nicht jede Treppe aus wie sich siehst du eine? ne, ne, ist nicht am rechten, am rechten Seite vielleicht noch ne waren das jetzt alle? das waren alle, wir sind leer was machen wir jetzt? ne, ist schon wieder am desinken wie Sau das Server das muss ich? ja da ist auch nix ne, ist auch nix wie viel Geld haben wir denn jetzt? ich hab jetzt glaube ich über 30.000 ist das viel? ja 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 das war dann schon wenn da dann die Treppe sich hier reinkommen einiges das war dann das war dann das war dann das war dann das war dann